Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Aha, sagen Sie mal, schämen Sie sich denn gar nicht? Ähm, wie bitte? Na, ich liege hier in meinem Bettchen und gucke noch gemütlich drei Stündchen was an meinem Laptop, Handys und iPad und dann tauchen Sie auf und verhindern einfach, dass ich schlafe. Aber ich bin doch jede Nacht hier, das hat Sie doch sonst nicht gestört. Äh, Tag, Ihr Nachbarn, können Sie auch nicht schlafen? Also ich bin... Ganz schön rund geworden. Ja, Sie haben wirklich zugenommen. Und das in so kurzer Zeit. Ich meine, sind Sie schwanger oder so? Sie könnten sich wenigstens mit einer Wolke bedecken. Ja, oder das Licht ausmachen, wir müssen das wirklich nicht sehen. Wissen Sie was? Wahrscheinlich kann ich deswegen nicht schlafen. Jetzt reicht's aber, Sie können nicht schlafen, weil Sie handysüchtig sind und Sie können nicht schlafen, weil Sie den ganzen Abend Kaffee und Red Bull saufen. Das ist für meinen Wasserhaushalt, ich dehydriere schnell. Ich hab's gegoogelt, er ist so rund, dass er das Wasser in Ihrem Körper anzieht. Das reicht, ich lass ein Abo da. Schluss jetzt, das lass ich mir wirklich nicht länger gefallen. Ähm, wow, anscheinend war ich wirklich schwanger. Na super, dann können wir jetzt endlich alle in Ruhe. Ruhe! . .